Zugegeben, ein ziemliches Wortungetüm. Das neue Pflegepersonalstärkungsgesetz. Das müssen wir erst einmal abkürzen. PPSG. In dem Gesetz ist von Kürzungen allerdings nicht die Rede. Im Gegenteil. 13.000 neue Stellen sollen in der Altenpflege geschaffen werden. Hört sich gut an. Seit dem 1. Januar können also Krankenhäuser und stationäre Pflegeeinrichtungen für die medizinische Pflege neues Personal einstellen, finanziert von den Krankenkassen. Ob sich dafür auch rasch genügend Bewerberinnen finden, ist eine andere Frage, denn dazu müsste der Pflegeberuf erst einmal attraktiver werden. An ein paar Verbesserungen ist schon gedacht. Die Pflegekräfte sollen Beruf und Familie besser unter einen Hut bekommen können. Dafür bekommen Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser Geld. Und auch dafür, dass sie mehr für die Gesundheit ihrer Pflegekräfte tun. Und dann wird noch Geld in die Digitalisierung gesteckt. Sie soll helfen, den Pflegealltag zu erleichtern. Und was ist mit der Pflege zu Hause? In unserem Land werden immerhin drei von vier pflegebedürftigen Menschen daheim versorgt. Die sollen nun zum Beispiel unkomplizierter zum Arzt fahren können. Bisher musste vor jeder Fahrt zum Doktor, zur Physiotherapie, zur Podologin erst einmal die Krankenkasse Ja sagen. Ansonsten blieben Pflegebedürftige und ihre Angehörigen auf den Taxikosten sitzen. Jetzt genügt eine ärztliche Verordnung oder der Pflegegrad. Also Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 und 5, aber auch mit Pflegegrad 3, wenn ihre Mobilität dauerhaft eingeschränkt ist, bekommen die Fahrtkosten von der Krankenkasse erstattet. Dasselbe gilt übrigens für Menschen mit Behinderungen, wenn sie das Merkzeichen BL für blind, AG für außergewöhnlich gehbehindert oder H für hilflos im Schwerbehindertenausweis stehen haben. Bleiben noch die Angehörigen, die immerhin 24 Stunden am Tag für ihren Verwandten da sind und ihn pflegen. Nicht selten ist diese Belastung zu viel für Körper und Seele. Deshalb sollen sie nun leichter eine stationäre Rehabilitation in Anspruch nehmen können und zwar auch dann, wenn das aus medizinischer Sicht nicht unbedingt notwendig ist. Dabei soll übrigens, wenn möglich, auch der pflegebedürftige Verwandte in derselben Einrichtung gepflegt werden. Für seine Unterbringung müssen dann Krankenkasse und Pflegeversicherung Sorge tragen, damit der Angehörige auch mal an sich selbst denken kann. Für den Sozialverband VdK ist dieses neue Gesetz, das seit Anfang Januar in Kraft ist, ein Schritt in die richtige Richtung. Schließlich hat der Verband ja selbst für diese Erleichterungen gekämpft. Doch es ist eben nur ein erster Schritt. Vor allem für die Aufwertung des Pflegeberufs muss mehr getan werden, denn 13.000 zusätzliche Pflegekräfte reichen immer noch nicht aus. Trotz der dadurch entstehenden Kosten dürfen die Pflegebedürftigen nicht zusätzlich zur Kasse gebeten werden. Sie bezahlen ohnehin schon genug. Und der VdK fordert Verbesserungen auch für die ambulante Pflege, denn ohne sie kann Pflege zu Hause nicht stattfinden.